Musik Ja warte hol den Lock den raus, Lock den raus Ja ich bin tot Warte was der soll Aber bei mir ladet es immer so Ah fuck 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 Die sind beide auf unserem Weg, die sind beide auf unserem Weg Ja ok ohne irgendwas, war gut Oh mein Gott das war dumm LOL der hat ja gar kein Hushback gehabt Und warum brenne ich? Der hat ein Feuerzeug Sag mal leckig Ah der hat ein Feuerzeug Oh deines Hä wie ist das denn nicht unten Wie Der eine ist unten mit dem Feuerzeug Beide haben eins Achso beide haben eins Aber die behindert sich Oh der kommt der kommt Ah scheiße der war jetzt fast unten gewissen Ja warte warte Ah schade Fass, fass, fass Komm Wir beide die ganze Zeit auf den Eintrücken dann geht er Ja das gleich Oh nice Hier ist Wasser, hier ist irgendwo Wasser Ja bin schon drüben Und hier war echt Wasser Glück Mit uns soll man sich nicht anlegen Mit uns soll man sich nicht anlegen Wir sind eben Und ich glaube das werden zwei Folgen Aber ist egal Wir sind die Badwurst Profis Denn der nicht wagt Der nicht gewinnt Wer nicht wagt der nicht gewinnt So Hau Geh zurück, geh zurück, geh zurück Ja genau, hol den raus, hol den raus Pfff Du bitte baut es so Oh ich bin noch am Weg Bist du tot? Ja Jetzt baut er sich wieder hoch Warte warte wie ich komm gleich, ich komm gleich Aber wir haben Ja, ja Der ist durch sein Loch gefallen Der so selbst gemacht hat Ey das ist die geilste Das ist der geilste Abend meines Lebens Weißt du Er baut sich so 5, 6 Blöcke hoch Springt runter Ich Schlag auf den und der Fällt genau da durch wo der Weg war Den er gerade abgebaut hat Wie dumm kann der eigentlich sein? Ja Oh mein Gott wie viel Gold hier ist Save das, save das, save das, save das Der andere der eine Gruppe gräbt Fällt selbst sehr lang Also das war das Sprichwort Aber ne das war gerade gut gelöst von uns Also beziehungsweise was du da gemacht hast Ich muss hier eine zweite Sicht einführen Genau, bau dich hoch, bau dich hoch Genau Was ein Vollidiot Ist er tot? Nein aber Oder wie jetzt? Äh ich save das Gold einfach mal ohne was zu kaufen Der denkt ich wäre so dumm ne? Guck mal Nein ich bin tot! Dann kannst du gleich den Bogen machen Und ich versuch die Mitte zu halten Was mir vielleicht eh nicht gelingt Aber ich versuch's Ja und wenn Wenn ich den Bogen hab Okay warte mal Das ist ein risikoreiches Ding Was wir jetzt machen So Jetzt baut die sich wieder hoch Ich hab nur 38 Pfeile wieder Alter Wie ich die hasse Nick Wie ich das hasse Der baut sich jetzt bestimmt einen Weg Die ganze Ich komm mal zur Mitte Ich komm zur Mitte Ich komm zur Mitte Ah ich bin tot Ich bin gleich tot Bin tot Der eine baut sich hoch Der andere ist in der Mitte Die beide kommen zu uns So Nummer 1 3 Gut Der baut sich jetzt einen Schutz Weil den einen hab ich getroffen Wieder Wie auch immer Ich bin schon wieder auf dem Weg Bin fast da Ich bin heute der Kamikaze Dings Scheiß Hey Ich warte ja vor euch Hey na Scheiße Ja Ich hab dich gekillt Ich hab dich gekillt Ja gut Genau das will ich ja Die ganze Bring mal wenn du kannst Immer bitte Pfeile mitnehmen Oh man Okay man Das war nice Das war cool Das Das gefällt mir So kann man das schaffen Wer Wer denn die Getroffen Oh da hat das gefehlt Der geht zurück Der geht zurück So hier haben sie mal ihre 20 Pfeiler Oh nice 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 Also die sind sich damit ausgegangen Gut Geh vor Ich spam damit Ha Geh hoch Ha Oh Fuck 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 Ich mach Kamikaze Scheiße Ja Ah okay Ich zeige Ich zeige Ich zeige Ich zeige Ah Mann Bring Blöcke mit Und Pfeile Was jetzt soll ich Blöcke auch noch mitnehmen Ja ich nehm die aus dem Set Ich hab jetzt nicht zu viel Zeit hier Warte meine Lichterkette ist abgegangen Fuck Ja ich hab noch die Lichterkette Sag's doch nur du Oh Alter Der Vater ne Neu Wir haben noch Gold Wir haben noch Gold Keine Angst Aber trotzdem war das grad Unerwartet Kriegst du den Ja aber ich bin auch tot Aber ihr auch Ja nice 25 Pfeile Ein Bogen geht sich noch aus Das heißt wir müssen dann wieder In die Mitte gehen Und dann das wieder safen Nein sie kommt Moin Oh Aber sie hat sich gerechnet Okay Komm 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 Scheiße Das hätte aber klappen können Okay Ohne nichts Oder mit nichts Äh was weiß ich Ablenkungsmadaa Nice aber Scheiße So ich muss jetzt hier campen Leute tut mir leid Ist jetzt tot Nein aber Weil du hast es schon richtig Scheiße Ja er sneakt Ne eben leider Das ist das Problem Hm ich hol mir mal Pfeile Deswegen brauche ich jetzt ein bisschen Zeug Sonst wird das nix Ich brauche ein paar Blöcke Ich brauche ein paar Blöcke Dann weißt du wie ich das mache Okay der andere kommt auch Scheiße wer hat das wieder zugedacht Oh mein Gott Ich hab den getroffen Pass auf Pass auf Beide sind da Haben die Pfeile Äh Bogen Weiß nicht aber ich denke nicht Ne eh nicht Der eine baut sich jetzt glaube ich gleich hoch zu mir Ja gut danke danke Das war gut Ne hab ich den gekillt Ne aber er hat getroffen Das heißt er hat nicht mehr weiter bauen können Weißt du ich camp hier oben jetzt Der andere ist von unten Der andere ist von unten Scheiße Hinter uns Da ist Ja der einer ist tot Ja Oh mein Gott Alter das ist der geilste Abend Alter Boah Boah Ich pack auch gerade hier meine Skills aus Ich geh so schnell wie möglich in die Mitte Dass ich vielleicht Gold bekomme für uns Er hat unser Eisen rausgenommen Ist mir egal Das war sehr dumm von dem wenn ich ehrlich bin Ich bin Parkling Aimboards und Killora Es sind immer die die nicht spielen können Mit solchen Leuten Ich nehm Das ist so geil Wieso Leute das hasse ich am Beatles wenn man oder generell in einem Spiel wenn man gut ist und dann wird man beschämt Ich hab das nicht mitgekriegt Wow Scheiße sieht die zu zweit auf mich Ja ist klar Geht zurück Geht zurück Geht zurück Geht zurück Ich falle Ich falle Ich falle Ich verterben Nein Nein Also drei Genau 30 Nö 29 Minuten darf das höchstes dauern Die bauen unseren Weg glaube ich ab Ja Sollen die halt machen Aber ich 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 finde es äh Ziemlich lustig also mit ähm Aimboard und so alles Hau mal ab Ich Nein 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 Aber alles easy alles easy alles easy Ich hab ihn dafür gekillt Ich hab ihn dafür gekillt Keine Ahnung Wie hat er mich jetzt Der hat sich doch mit dem Nobrex gekriegt Äh ich leg ihn in die Kiste Ja geil wir haben noch Wir haben Gold Gut 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 Alter also solche Runden also Eins Solche generell gefallen mir aber Wenn ich mit solchen Kindern zusammen spielen nicht Beziehungsweise gegen Kinder Voll able Okay der eines und der eines Okay gut 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 Ich hab ihn gesehen hab Pass auf Pass auf Wenn du jetzt grad ausgehst dann siehst du so ein kleines Köpfchen Ja Hab schon gesehen Oh Ich hab dich gekillt Ich hab dich gekillt Ich hab dich gekillt Wow gut gut Der nächste kommt schon Und ist leider nicht tot Und ist leider nicht tot Aber ich Egal 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 Dann hol dich da geh ich schnell zurück Doch net doch net Doch net Alters Gold lieber Ich könnte jetzt runterschießen Wenns geht Ah die sehen mich Die kommen net Die kommen net Ich hab dich Ich hab dich getroffen 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 Oh Oh Na stopp Dann leften die meistens Warte Ja Die kommenden